Robert Bob Louis Fosse war ein US-amerikanischer Choreograf und Regisseur. Leben Bob Fosse wurde als Sohn von V. Deville-Künstlern praktisch im Theater geboren und war bereits als Kind und Jugendlicher mit Solotanznummern auf der Bühne zu sehen. Nach einer kurzen Episode in der US-amerikanischen Kriegsmarine begann er eine Schauspielausbildung. Von 1948 bis 1950 war er zunächst mit unbedeutenden Musical-Shows auf Tourneen durch die Vereinigten Staaten. Um anschließend in Broadway-Shows als Tänzer zu arbeiten, durch den Musical-Film gelangte er Anfang der 1950er Jahre an kleinere Rollen in Hollywood. 1954 erhielt Fosse zum ersten Mal die Chance, eine eigene Choreografie auf einer Broadway-Bühne zu zeigen. Die Show The Pajama Game wurde gleich ein großer Broadway-Erfolg. Weitere Shows folgten und langsam begann sich aus seiner Zusammenarbeit mit der Tänzerin Gwen Ferdon eine kongeniale Partnerschaft von Choreograf und Tänzerin heraus zu kristallisieren. Nach zwei kurzen Ehen, die jeweils mit einer Scheidung endeten, fand Bob Fosse in Gwen Ferdon die Ehefrau, mit der er für den Rest seines Lebens verheiratet blieb. Sie heirateten 1960 und hatten ein Kind zusammen. In den 1960er Jahren begann Bob Fosse nicht nur Shows zu choreografieren, sondern auch als hauptverantwortlicher Regisseur zu arbeiten. Einer seiner größten Broadway-Erfolge war Sweet Charity. Die gleichnamige Verfilmung 1969 mit Shirley MacLaine in der Hauptrolle war zugleich sein Debüt als Filmregisseur. Was seinerzeit als Neubeginn des Musicalfilms erschien, ist heute ein Klassiker. Auf den Broadway-Bühnen brachte er weitere Klassiker zur Uraufführung 1972 Pepin, 1975 Chicago und 1978 Dänzen. Inszenierungen, die inzwischen zu den erfolgreichsten Longtime-Runnern in der Geschichte des Broadways zählen. Der alles übertreffende Erfolg war die Verfilmung des Musicals Cabaret 1972 mit Liza Minnelli in der Rolle der Sally Bowles. Fosse war auch hier Regisseur und Choreograf und erhielt für Cabaret einen Oscar als bester Regisseur. Insgesamt erhielt der Film acht Oscars. Der Erfolg von Cabaret eröffnete ihm weitere Türen, so dass er von da an freier und unabhängiger arbeiten konnte. 1972 inszenierte er für Liza Minnelli die Fernsehshow Liza with a Z, wofür er mit einem Emmy Award geehrt wurde. 1974 verfilmte er das Leben des Komikers Lenny Bruce mit Dustin Hoffman in der Titelrolle. Der Film Lenny erhielt insgesamt sechs Oscar-Nominierungen. Der kettenrauchende Workaholic Fosse zahlte allerdings einen hohen Preis für diese Erfolge. Während seiner Arbeit für die Uraufführung von Chicago erlitt er einen schweren Herzinfarkt. Die dabei erlittenen Erfahrungen verarbeitete Fosse danach 1979 in dem stark autobiografisch geprägten Film Hinter dem Rampenlicht mit Roy Schieder. Als seinem Alter Ego sowie mit Jessica Lange in den Hauptrollen. Kurz vor der Premiere zu dem Revival seines Erfolgs Musicals Sweet Charity 1987 starb Bob Fosse. Nachdem er zuvor einen weiteren Herzinfarkt erlitten hatte, Broadway-Produktionen. 1952 Pale Joey Musik Richard Rodgers Fosse als G.O.E. Events. 1954 The Pyshama Game Musik Richard Adler Choreografie Bob Fosse. 1956 Belzare Ringling Musik Julis Stein Gemeinsame Choreografie von Jerome Robbins und Bob Fosse. 1957 New Girl in Town Musik Bob Merrill Choreografie Bob Fosse. 1961 How To Succeed in Business Without Really Trying Musik Frank Lesser Choreografie Bob Fosse. 1962 Little Me Musik Cy Kulmin Regie und Choreografie Bob Fosse. 1966 Sweet Charity Musik Cy Kulmin Regie und Choreografie Bob Fosse. 1972 Pepin Musik Steffen Schwarz Regie und Choreografie Bob Fosse. 1972 Leise Witt erzählt Musik John Kandab Regie und Choreografie der Broadway-Personality-Show von Leise Minnelli. 1975 Chicago Musik John Kandab Regie und Choreografie Bob Fosse. 1978 Dancin Musik Diverse Komponisten wie Neil Diamond Regie und Choreografie Bob Fosse. 1998 kam am Broadway die Show Fosse heraus, die Bob Fosse-Koreografien wieder aufleben ließ und bis 2001 insgesamt 1093 Vorstellungen erlebte. Filmografie Als Darsteller und Tänzer 1953 The Affairs of Dobie Gillis. 1953 Kiss Me Kate. 1953 Gewager La Breque. 1955 My Sister Eileen. 1958 Damien Keys. 1974 Der Kleine Prinz. Als Regisseur 1969 Sweet Charity. 1972 Cabaret. 1974 Lenny. 1979 Hinter dem Rampenlicht. 1983 Star 80. Auszeichnungen. 1955 Tony Award für The Pyshama Game. 1956 Tony Award für Damn Yankees. 1959 Tony Award für Rettet. 1963 Tony Award für Little Me. 1966 Tony Award für Sweet Charity. 1972 National Board of Review Award für Cabaret. 1973 Oscar für Cabaret. 1973 Britischer Filmpreis für Cabaret. 1973 Bodil für Cabaret. 1973 David Di Donatello für Cabaret. 1973 Director's Guild of America Award für Leise with a Z. 1973 2 Drama Desk Awards für Peppin. 1973 2 Tony Awards für Peppin. 1973 3 Emmys für Leise with a Z. 1976 Blue Ribbon Award für Lenny. 1978 Premier San Jordi für Lenny. 1978 Drama Desk Award für Densen. 1978 Tony Award für Densen. 1980 Goldene Palme der internationalen Filmfestspiele von Cannes für Hinter dem Rampenlicht. 1981 Bodil für Hinter dem Rampenlicht. 1986 Drama Desk Award für Big Deal. 1986 Tony Award für Big Deal. 1994 American Choreography Award. 1994 American Choreography Award.